Die Bewohner des Duisburger Zoos haben neue Nachbarn. Diese leben im selben Gehege wie die kleinen Bennet-Kängurus. Ein Känguru ist das aber nicht. Haarig und ein wenig tapsig präsentiert sich hier eine der zwei Wombard Damen, die seit ein paar Tagen in ihrem neuen Zuhause leben. Eigentlich stammen Alinta und Tinsel, so heißen die beiden Beutetiere aus dem Zoo Halesville in Australien. Nach langen Vorbereitungen wurden die zwei per Airbus A380 nach Deutschland importiert. Die Zusammenarbeit mit den Zoos weltweit ist ja heutzutage ohnehin Gang und Gäbe. Man ist ja weltweit vernetzt als Zoos heutzutage. Man kennt sich, das sind ja alles gute Kollegen, teilweise Freundschaften, die dabei Jahre ohnehin entstanden sind. Von da ist das kein Problem gewesen. Das Schwierige ist schlichtweg, dass die Ausfuhr von Tieren aus Australien ein sehr mühsamer ist, was die bürokratischen Hürden anbelangt. Die Pflanzenfresser leben im Süden und Osten Australiens sowie auf Tasmanien. In der freien Natur werden die Plumpbeutler, so wie sie auch genannt werden, etwa fünf Jahre alt, in Gefangenschaft bis zu 20. Im Fall vom Duisburger Wombard Emma, die 2008 verstarb sogar 34 Jahre. Sie gilt damit immer noch als der älteste Wombard der Welt. In Duisburg sind die Tiere eine echte Rarität. Denn nur in einer Handvoll Zoos in Europa werden Wombards überhaupt gehalten. Für uns natürlich eine Riesenfreude. Wombards sind in der Zoowelt eine absolute Rarität. Selbst in Australien gibt es kaum Zoos, die Wombards halten. Und wenn wir jetzt hier zwei Neuankömmlinge haben, um unsere Population hier in Europa und letztendlich dann hoffentlich auch die Zucht damit zu befruchten, dann ist das für uns natürlich eine Riesenfreude. Revierleiter Mario Cendemi arbeitet gerne mit den Publikumslieblingen. Tierpaten stehen Schlange, um eine Patenschaft für einen Wombard zu übernehmen. Besucher kommen zum Teil von weit her, um die Wombards im Duisburger Zoo zu erleben. Ja, die sind jetzt ein paar Tage hier bei uns und man sieht ja, ihnen geht es ganz gut. Sie fangen auch an, jetzt die Höhlen, die wir ihnen angeboten haben, auszugraben. Und wir haben ihnen eigentlich suggeriert, sie können die Höhle selber graben. In Wirklichkeit ist sie natürlich da, wo wir gerne möchten, hoffen, dass es dann funktioniert und es scheint ja zu klappen. Die buddelt also da und wird dann da rein auch ihre Duftmarke setzen und dann hoffen wir, dass sie das dann in Zukunft als ihr neues Zuhause ansieht und nicht irgendwo anders gräbt. In der freien Natur buddeln sich die Beutetiere große Baue- und Tunnelsysteme. Wichtig war nun zu verhindern, dass sich die Wombards aus ihrem Gehege graben. Die beiden Wombards sind in ihrem neuen Zuhause angekommen. Hoffen wir, dass sie sich gut einleben.